hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bad wars heute ohne facecam dafür aber zu dritt wieder sagt mal hallo 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 und ihr seht schon was das für eine map was ist das für ein spiel ja das ist bad wars aber heute nicht auf dem gomme server sondern auf dem dust mc.de server weil der gomme server irgendwelche kleinen probleme hat okay muss man erst mal klarkommen auf dem gomme ich hab keine ahnung was macht dieser diablo ich kann keine ahnung was macht dieser diablo abzubauen das ist hier das ziel des spiels hier muss man den diablo abbauen ich kann nichts kaufen ja gib mir die sachen du bist so dumm dafür also das ziel ist es den diablo abzubauen hä wie die am bogen ja vielleicht ist das kit ja das ist ein das ist ziemlich scheiße eigentlich mit diesen kids finde ich ja 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 okay aber man probiert floh du hast schon auf diesen blog villager geklickt na ja 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 kann man nicht auch mal bei dem anderen ich dachte ich dachte hier ist wie oft kommen einst oder zweiter stelle tue ich das ist mir gekauft habe um den blog einzubauen kann auch ein glas mädler verfahren wer hat denn ich bis zum ende diesen schnick gebaut was kann ich denn dafür so dann kann ich mit dem bogen töten weil du nur bist ich brauche jetzt die spitzer kurz so ja frag mal den toby ich kümmere mich gerade ums beddie ich meine um den diablo ok ne die preise sind anscheinend wie auf rommer wo kann man denn hier kann man spitze kaufen ne doch nicht wo kann man eine spitze kaufen bei blöcken armoor ich denke mal hier floh ich kaufe dir eine spitze hier ich habe mir auch eine gekauft wo bist du denn ich habe die da hingeworfen ja floh die liegt bei unserem diablo block ja tom warum hat sich noch verabschiedet ja dieses spiel das ist ja auch das ist ja auch scheiße das spiel ich ja nie wieder was das denn für eine scheiße dass ich nichts kaufen kann guck mal leute der respawnblock vom game wurde schon zerstört man kriegt ja leider keine akustische nachred also wir machen jetzt mal hier den vergleich komme zu das bad wars warum dieses spiel bad wars heißt weiß ich nicht opfer dich floh auf jeden fall ist das meiner meinung nach kein bad wars ich habe mich noch nicht nur zu dritt AAH ja ich habe ich erwischt ja ich habe ich erwischt nein nein wieso fallen die denn alle runter der hat mich im Falle einfach mit dem Bogen getötet der Opfer Floh komm pass auf den Block kurz auf ich kaufe den Spitzhack ey Leute ihr müsst mich safen ich hole äh Spitzhack' vielleicht ein paar Blöcke doch auch wir hören uns alle eine Spitzhack' ja und vielleicht paar Blöcke nicht ne Blöcke hab ich nicht leider brauchen wir auch nicht Floh hier ja dann gibt ihm wenigstens die ja ok Leute dann würde ich sagen bei allen Wunsen das wird's grün eben schnell für dich machen ja sicher machen wir haben ja hoff ich mal ne ja komm schnell komm schnell oh wenn man das HAHA wenn man das wenn man das Kidd immer wieder kriegen würde das wäre die Unfairheit in Person guck mal er wird nicht kicken er wird mich kicken oder ja er ist dumm ok Floh GO AAH oh der Kamer unser Block ist kaputt unser Block ist kaputt nein ist er gar nicht ich hab den nicht gekriegt das dauert so ewig wir brauchen ne bessere Spitzhack' ja vor allem vor allem äh wir haben wir naja kauf einfach ein nein das macht keinen Sinn Floh Alter Tom dann kauf mir wenigstens ich hab ja auch noch nicht mal ne Spitzhack' wir brauchen ne bessere Floh das dauert ewig äh grün kommt in der Mitte ja ja kein Ding und wird wahrscheinlich jetzt auch zu uns laufen ja die kommt zu uns ja ich bin da ich hol' Gold ich hol' ganz viel Gold hol' mal hier einen Block drauf oben drauf hol' nicht zu viel Gold wir brauchen nur ich hab zwölf die haben mich geträumt Floh Floh zurück zurück Floh die kommen komm ihr müsst die runterkicken ich bin tot holfe holfe ja holfe ok ich geh zurück NEIN ich glaub die sind weg die sind behindert Floh und Tobi wir brauchen die Spitzhack' ja ich ja ich komm mal Hilfe deft mich rettet mich rettet mich wir haben beide versucht den Block abzubauen äh stimmt Leute wie baut ihr hier mach's so satan ja ich muss hier weg ich versuch hier so ok Silvaranoff ich hab überlebt ich geh mir alle deine Items Silvaranoff sofort sonst hau ich dich ach ja der kann uns ja hören ich versuch hier so unständlich wie möglich den Block abnicht nein ist doch ok den Block abnicht Tobi holen wir alle Goldspitze also alle Spitzhack'n für ich hol' mir erstmal nen Bogen LOL NEIN ich kann wohl was kaufen das ist nur unsichtbar in diesem Feld achso lol das ist Müll so Tobi ich hab Bogen ja Tobi hast du Gold für Spitzhack'n ja bei mir schon wir sollten vielleicht auch zum Eil ich hol' ne Spitzhack'n äh dev hier besser ähm auf jeden Fall ist es wichtig der Flo macht das Flo komm ja tu es Flo Torben der ist doch einer ja ja alles cool geh weg geh weg ich hab'n Bogen ja oh Leute ich hab' ihn ich hab' ihn ich hab' ihn ich hab' ihn ich NEIN Torben geh da weg Junge der baut sich da zu der baut sich da zu Silvaranoff holt ihn jetzt komm ich sag' euch das war so verfick' Tobi war ja ja ich bin weg ok jetzt hinterher ok grün 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 Flo wir haben zwei Eisenspitze wir machen die jetzt warte Tobi schießt du die ab gut dann geh' ich rüber ja komm vor vor du geh'n's vor ich hab' das wertvolle lauf schieß 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 der wartet auf mich hab' ihn schieß ab ja hab' ihn ja perfekt töten töten einer weg ja nice die eine nehm' ich schon Torben nicht runterfallen nicht runterfallen ich fall' nicht runter du kennst mich doch so nice ok komm nächstes Team schnell in die Mitte das sind grüner Rennseck da ein Jahr oder ein Rennlatt Lass ihn rennen nein nein ich will die Töte die Töte die da blau nein wir sind blau das Gelb okay äh rot lebt noch Vorsicht die haben sich hochgebaut ok Vorsicht äh einer muss auch bei uns ja aber was passiert nicht für uns bis jetzt wenn wir zwei roten in der Base sind dann ist alles ach so das Leben nur noch zwei roten zwei rote nur noch weil ja ich muss sagen also wer was auf Gomme gefällt mir schon besser ja ja alles ist übersichtlicher alles ist schöner ja vor allem ist der Respawn-Block dann auch in Reichweite einer ist runtergefallen ach Respawn-Block bitte einen hab ich geholt Torben ich hole mir den Block ok hab ihn jo dann voll drauf volle Kanone die es geht es die 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 der ist es war also eine leichte Runde aber aber es gab eine nicht so schöne Runde weisse weil dieses bei Wurzeln darauf kommen ist schon schön aber wir haben sie an hier getestet Prozent vielleicht hat sich ja trotzdem gefallen Team Rot Dann nehmen wir hier auch noch eine Runde auf Team Rot Achso, jetzt einfach noch direkt eine neue Runde Torben, du musst noch in Team Rot Ich bin beigetragen Ja, wir machen jetzt noch Also eine neue Folge Achso, eine neue Folge Ja, mir egal Dann nehmen wir jetzt hier mal Beast Mode Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Haut rein und ciao